Können Sie mir helfen, meine Tochter zu finden? Hi, Birdie. Solltest du dir bitte etwas anziehen? Lilly wurde schon einmal vermisst? Hallo? Deine Tochter ist eine Notte. Wieso tust du das? Weil du überhaupt nichts tust! Haben dir jemanden draußen getroffen? Matthew darf nichts davon erfahren. Wenn ich diesen Moment nur ungeschehen machen könnte. Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Was ist denn mit mir? Was ist vorher, im Jahr? Ich esse mich nicht!